Ein Siebenzimmermehr-Familienhaus steht hier zum Verkauf. Es befindet sich im Kreis Rendsburg-Eckernförde. 1929 wurde dieses Drei-Etagen-Haus erbaut und 2002 saniert. Beheizt wird es über eine Zentralheizung. Das Gebäude verfügt über einen Parkplatz. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1000 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 180 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 344.000 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. buildingen Money Plus für 254.000 Euro zum Verkauf compromised eine der défin 1993 1.000 Euro zum Verkauf possibility